Die Römer sind wieder unterwegs. Diesmal haben sie es auf die britische Insel abgesehen. Ich komme, um euch zu bitten, uns im Kampf gegen die Römer zu unterstützen. Wo Römer sind, sind natürlich auch Gallier. Das Signal! Feuer! Da vorn ist eine römische Gallehre. Schnell ein Schluck Zaubertrank und schon geht's los. Was gibt es Schöneres für Asterix und Obelix, als die Römer aufzumischen, dass sie in keine Rüstung mehr passen? Achtung! Das ist unser Zaubertrank! Wenn Asterix und seine Freunde aufdrehen, dreht es den Schiedsrichter in den englischen Rasen. Zur Attacke! Das sind keine Gentlemen, diese Römer. Halt! Führ dich nicht so auf, Obelix! Du bist ja nicht bei dir zu Hause! Genau darum muss ich hier mal aufräumen! Die Spinnen, die Briten! Der beste Asterix, den es je gab! Nagelneu aus den Studios! Asterix bei den Briten! Der beste Asterix bei den Briten! Asterix bei den Briten! Vielen Dank.